Was wünschen wir uns, wenn wir Zeit mit der Familie verbringen? Es einfach mal rollen zu lassen. Uns lieb zu haben. Gemeinsam etwas zu erleben und miteinander zu lachen. Wir wünschen uns, überrascht zu werden. Und aus dem Staunen nicht mehr rauszukommen. Wir wollen unsere Grenzen testen und uns auf die Spuren einer spannenden Geschichte begeben. Für alle Unternehmungslustigen, Mutigen und für alle, die es sich gerne mal bequem machen. In Sonnenbühl lässt die Vielfalt keine Wünsche offen. Hier geht jeder Wunsch in Erfüllung. Das ist Familienzeit in Sonnenbühl. Zeit, die uns gehört. Zeit, die wir in der Welt kennen, 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 die wir in der